Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren KDMO-Event-Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir es mal ein bisschen anders, denn heute starten wir erstmal mit den Promotion-Updates rein und dann schauen wir uns danach erst die normalen Notizen mit Updates, Events und sowas an. Normalerweise machen wir es ja andersrum, aber dieses Mal ist es andersrum, denn dieses Mal gibt es im Cash-Shop kaum was, was dazugekommen ist, denn die haben dort genauso wie wir jetzt gerade den 50% Sale auf alles dann am Laufen, beziehungsweise heute dann reinbekommen, wir haben den ja schon seit gestern. Und das Ganze läuft natürlich dann auch so wieder, dass hier alles drin ist, außer die neuesten Sachen, die reingekommen sind in den letzten Updates, das heißt das Slash-angemohrne Evolution-Item ist nicht mit drin, das Ride-Mode-Item ist nicht drin und das Ride-Mode-Item für Susanne Monshin ist drin. Die Eventsachen sind auch nicht drin natürlich, also die, die immer nur zwei Wochen regulär im Event dann drin sind, also Event-exklusive Sachen. Und, was hier auch noch wichtig ist, Masters-Membership und Data-Summon-Dicket-Legend, leider, sind, wie die hier angeben, immer aus diesen Discount-Events ausgeschlossen. Gerade beim Data-Summon-Dicket-Legend ist das sehr, sehr schade, dass die das machen, weil da haben natürlich sehr viele drauf gehofft, dass das vielleicht in 50% Sales mit dabei sein könnte und man dann dementsprechend quasi zum halben Preis an einen SSS Plus rankommen könnte oder auch natürlich an weitere, aber soll wohl nicht so sein. Und jetzt weiß man es zumindest hundertprozentig bestätigt, dass Data-Summon-Dicket-Legend nie bei diesen Discount-Events, also bei 50% Sales oder gleichwertigen Sachen dann dabei sein wird. Aber gut, soviel auf jeden Fall jetzt erstmal zu den Promotion-Informationen. Deswegen kommen wir dann zu den richtigen Notizen und da sind natürlich die interessanten Dinge dabei. Als allererstes haben wir das angekündigte Digimon-Rebalancing mit dabei. Die haben ja am Montag angekündigt, dass sie exakt vier Digimon-Rebalancen werden. Und zwar sind das in dem Fall Examon, Omegamon, Susannomon-Shin und Shoutmon-Cross-7. Diese wurden dann mit dem heutigen Update dann rebalanced. Manche, oder beziehungsweise die meisten, mehr als das eine, aber da kommen wir gleich noch drauf zurück. Was wurde hier grundlegend geändert? Also bei allen von denen wurden HP, Digi-Soul, gut, nicht bei allen dann Defense und AT angepasst, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Und dann haben wir noch bei Examon, Omegamon und Shoutmon-Cross-7 Anpassungen bei den Skills. Also hauptsächlich beim Skill-Schaden, also beim Base-Damage, beim zusätzlichen Schaden pro Skill-Level-Up und beim Digi-Soul-Verbrauch. Also hier wurden weder Cooldowns angepasst, noch sonstige Sachen bei den Skills, das ein bisschen schade ist bei manchen, aber schauen wir trotzdem mal rein. Also, wir haben als allererstes Examon, welches jetzt rebalanced wurde und genauso wie Omnimon, gehen wir das erstmal so durch, wurden die beiden von Rang SS auf Rang SS-Plus angehoben und dementsprechend wurden auch deren Stats angepasst. Wenn wir uns das einmal anschauen. Ich habe da auch als Vergleich dann ein paar Sachen rausgesucht, das heißt, da kann man dann schön auch den Vergleich ziehen. Also fangen wir mal an mit Examon. Examon wurde jetzt sein Base-HP-Wert, also das sind wie immer natürlich die 100% Größe und Level-Einsatz-Stats. Diese wurde angepasst von 5930 auf 7750. Um das Ganze mal so in bildlichen Kontext zu bringen, wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel mit Omnimon Alter S, welches ja eins, der mit unter Top-Tier SS-Plus-Digimon ist. Und da haben wir einen Base-HP-Wert von 7310. Das heißt, mit diesem neuen Update hat Examon dann einen höheren HP-Wert als Omnimon Alter S in dem Fall. Also wird auf jeden Fall bei 12.000 plus dann der maximale HP-Wert liegen bei 140% und Level 130. Dann haben wir noch den Digisol-Wert. Dieser wurde erhöht von 1910 auf 2550, was auf jeden Fall trotzdem eine schöne Sache ist. Insgesamt 640 Digisol, die das dadurch dazubekommen hat. Defense haben wir 157 base-mäßig gehabt. Jetzt haben wir 208. Und sein AT-Wert wurde angehoben von 2298 auf 3002. Um diesen Wert auch in den Kontext zu bringen, wenn wir das wieder mit Omnimon Alter S vergleichen, der Base-AT-Wert von Examon liegt jetzt dann in Zukunft höher als der von Omnimon Alter S. Weil hier sieht man 2969 und 3002 liegt da natürlich ein bisschen drüber. Das heißt, da werden wir circa um den Dreh 4400 AT dann maximal bei Examon dann haben, was definitiv ein sehr gutes Upgrade ist. Also da haben die ein echt gutes Rebalance bei ihm gemacht. Höherer HP-Wert und höherer AT-Wert als Omnimon Alter S. Bei einem besseren Attack-Speed, denn der Attack-Speed müsste ja weiterhin noch bei 2,4 liegen. Und dann haben wir bei Examon auch noch Skill-Damage-Anpassungen. Natürlich bei seinen beiden Skills. Diese wurden angehoben, einmal die F1 von 4863 auf 6.375, was auf jeden Fall ein sehr schönes Upgrade ist. Dann wurde auch noch der Additional Skill-Damage pro Skill-Level erhöht von 144 pro Stufe auf 192. Und der Digisol-Verbrauch wurde aber im Zuge dessen dann erhöht von 203 auf 266. Und bei seiner F2, was ein Haupt-Damage-Skill natürlich ist, wurde der Base-Damage von 14.967 bei Skill-Level 1 angehoben auf 17.685. Und dann auch dementsprechend der Höhe der Skill-Damage pro Skill-Level wurde angepasst. Und zwar von 234 auf 396. Und der Digisol-Verbrauch ist aber hier in dem Fall gleich geblieben. Also da haben die nichts geändert, was immer auch eine ganz tolle Sache ist. So, dann haben wir als nächstes Omnimon. Omnimon wurde auch, wie gesagt, auf SS-Plus angehoben. Da haben wir dann jetzt einen HP-Wert von 5620 vorher gehabt. Jetzt nach der Änderung 6400. Und das Ganze ist ungefähr in Kontext zu bringen mit Lord Nightmon X. Zumindest war das der Vergleich, den ich am einfachsten hier finden konnte. Und zwar hat dieser einen Base-HP-Wert von 6340. Das heißt, da liegt der Omnimon dann minimal da drüber. Das heißt, der maximale HP-Wert wird dann auch so um den Dreh dann irgendwas zwischen 9800, 9900, vielleicht noch knapp über 9900 liegen. Aber ja, so um den Dreh dann haben wir den HP-Wert dann als Vergleich, damit ihr das, wie gesagt, auch im Kontext habt. Oder auch dann euch was darunter vorstellen könnt. Der Digi-Soul-Wert liegt jetzt dann bei 2650 nach der Änderung. Vorher war der 2270. Der Defense-Wert wurde von 174 auf 193 erhöht. Also hier in dem Fall eine kleine Änderung. Und der AT-Wert wurde von 2003 vorher auf 2407 angehoben. Was in dem Fall auch um den Dreh in Richtung Lord Nightmon X geht. Denn dieser hat 2473, also hier einen minimal höheren AT-Wert. Das heißt, da werden wir bei Omnimon dann so irgendwo zwischen 3400 und 3500 beim AT-Wert liegen. Aber natürlich hat Omnimon weiterhin seinen sehr guten Attack-Speed-Wert. Das heißt, da hat er auf jeden Fall dementsprechend dann Vorteile. Und ich habe bisher nur mitbekommen, dass Examon durch diese Änderung Advanced Skill-Breaking angehoben haben sollte auf beide Skills. Was ihn auf jeden Fall auch nochmal sehr stark boostet bei Omnimon. Omnimon hatte vorher schon Advanced Skill-Breaking auf beiden Skills. Da weiß ich leider nicht, wie das jetzt nach der Änderung ist. Da habe ich bisher noch nichts dazu sehen bzw. finden können. Aber ja, hoffentlich hat er beides beibehalten. Denn dann sind das auf jeden Fall sehr gute Alternativen. Vor allem als Datei und als Vaxin-Digimon. Im Gegensatz zu Omnimon Alter S. Obwohl wir da auch noch Slash-Angemon haben. Also die werden sich wahrscheinlich dann, wenn alle Advanced Skill-Breaking auf allen Skills haben sollten weiterhin noch. Dann können die auf jeden Fall sehr gut miteinander konkurrieren. Das heißt, da macht es dann viel. Dann ist es nur noch attributabhängig, welche Situation man die verwenden möchte. Oder beziehungsweise dann braucht. Aber die nehmen sich dann in reinen Stat-Bereich und so dann nicht viel. So, dann kommen wir zum traurigen Punkt dieses Rebalances. Und zwar Susanne Monshin. Wenn man das bei Susanne Monshin in dem Sinne Rebalance nennen möchte. Weil wir haben hier... Wir haben einen Buff bekommen. Allerdings nur auf den HP-Wert und auf den Digi-Soul-Wert. Ansonsten hat Susanne Monshin leider gar keinen Buff bekommen. Weder beim AT-Wert, noch beim Defense-Wert, noch bei den Skills. Da wurde überhaupt nichts angepasst. Weder Digi-Soul-Verbrauch, selbst wenn die Damage-Werte gleich bleiben sollten, noch sonst irgendwas. Sondern bei Susanne Monshin wurde nur der HP-Wert angepasst. Von vorher 10.940 auf 12.620 jetzt beim Base-Wert. Wenn man das Ganze so ein bisschen in den Kontext zieht. Also er hat immer noch weniger HP als Fanglong und Monshin. Fanglong und Monshin hatten nämlich 13.240. Base-mäßig maximal 20.669. Und das Ganze sieht dann, soweit ich das mitbekommen habe, ungefähr so aus, dass ein maximaler Base-HP-Wert bei 140% Größe und Level 130 so 19,1k betragen soll. Was definitiv eine Verbesserung zu vorher ist. Also keine Frage. Aber trotzdem natürlich noch nicht so herausragend. Vor allem natürlich auch, weil ich hatte eigentlich vermutet, dass die bei ihm vor allem HP-Wert und den AT-Wert erhöhen. Aber da, wie gesagt, Defense und AT wurde überhaupt nicht angepackt. Und aber immerhin sein Digi-Soul-Wert wurde von 4.100 auf 4.980 erhöht. Erhöht aber, wie gesagt, ansonsten für Susanne Monshin leider nichts weiteres gekommen. Aber natürlich erhöht das ein bisschen seine Tankiness. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Manko, was bei ihm zumindest in diesem Bereich einigermaßen behoben wurde. Sein AT-Wert bleibt aber noch. Aber sofern Susanne Monshin weiterhin noch dieses OP-Advanced-Skill-Breaking auf allen 4 Skills beibehalten haben sollte. Dadurch, dass hier eben die Skills nicht angepasst wurden, ist das sogar möglich, dass wer dieses weiterhin noch hat. Dann sollte es trotzdem immer noch eine sehr gute Wahl sein. Wie gesagt, nur der AT-Wert ist halt immer noch das große Manko bei ihm. Aber ja, dann haben wir als allerletztes noch Shoutmon Cross 7, welches hier so Mini-Rework bekommen hat. Quasi, wenn man sich das so ein bisschen anschaut. Also hauptsächlich hat er natürlich Buffs bekommen. Aber er hat als einziger einen Skill-Rework bekommen. Aber den schauen wir uns dann gleich an. Fangen wir erstmal mit den normalen Werten an. Also, wir haben bei Shoutmon Cross 7 jetzt eine HP-Erhöhung von vorher Base-mäßig 13.300 auf 14.130. Um das Ganze mal so ein bisschen in den Kontext zu bringen, habe ich mal Alter B herbeigeholt. Denn Alter B kommt da, glaube ich, am nähersten mit dran. Denn da haben wir einen Base-Wert von 14.650. Also dieser liegt über dem Base-HP-Wert von Shoutmon Cross 7 nach dem Rebalance. Das heißt, da muss man dann ungefähr dann mit... Vorher waren wir bei 20.753. Das heißt, da werden wir dann irgendwo dazwischen auf jeden Fall landen. Also zwischen dem Wert von Alter B mit 21.986 und dem von Cross 7 vorher. Also da wurde nicht ewig viel getan beim HP-Wert. Im Grunde sind das nur 830 Base-HP, die es dazubekommen hat. Also jetzt nicht unendlich viel trotzdem, aber es ist trotzdem baff. Dann haben wir den Digi-Soul-Wert. Dieser wurde ebenfalls erhöht. Auch hier wieder eine kleine Erhöhung von 4.540 auf 4.820. Dann haben wir den Defense-Wert. Dieser wurde interessanterweise auch erhöht. Von 480 auf 510. Also hier nur 30 Defense-Erhöhungen. Also den hätten sie meiner Meinung nach auch so lassen können, wie der war. Weil 720 maximaler Defense ist halt kein schlechter Wert trotzdem. Aber gut, haben sie auch angepasst. Und dann noch sein AT-Wert. 4.380 vorher auf 4.654. Das Ganze ist dann dementsprechend auch nur eine minimale Änderung nach oben. Vorher hatten wir 6.294. Mit der neuen Änderung müssten wir so bei 6.600, 6.700 vielleicht landen. Ist aber natürlich auch jetzt kein unendlich großes Upgrade in dem Fall. Also da hatte ich eigentlich eher vermutet, vor allem auch wegen seiner schlechten Attribut-Kombination, dass da definitiv noch mehr drin ist, was Stats hier betrifft. Also ich hätte eigentlich eher vermutet, dass er quasi das Fanglongmon-Shin-Treatment bekommt. Also für seinen rangenden Super-HP und AT-Wert, um das, um, wie gesagt, seine Attribut-Kombination auszugleichen. Aber haben die in dem Fall nicht gemacht, sondern das ist in dem Fall ein, ja, kleiner Buff in allen Bereichen. Und dann haben wir, wie gesagt, noch seine Skills. Ebenfalls wie bei den anderen wurden hier die Damage-Werte angepasst. Der Damage pro Skill-Level wurde erhöht. Und dann, äh, der Digisol-Verbrauch wurde ebenfalls verändert. Und zwar haben wir einmal jetzt auf seiner F1 Double Flare Buster haben wir jetzt statt vorher 14.572. Einen Base-Wert von 15.483. Der Additional Skill-Damage pro Level wurde von 439 auf 467 erhöht. Und der Digisol-Verbrauch ist gestiegen von 1.067 auf 1.133. Dann haben wir noch die Änderung mit der F2. Dann haben wir, äh, Cross-Bahning Rocker. Das wurde angepasst von 42.463 auf 45.114. Und der Additional Skill-Damage pro Level wurde von 952 auf 1.012 erhöht. Und der Digisol-Verbrauch ist aber auch im Zuge dessen gestiegen von 2.774 auf 2.946. Und dann haben wir noch DF3. Diese wurde angepasst von 147.742 auf 156.966. Also hier in dem Fall eine minimale Änderung. Und das Ganze, ähm, habe ich dann auch schon mal ein bisschen verglichen. Und zwar das Endergebnis sieht dann ungefähr aus wie das von Alter Bs F3, wenn man diesen Skill maximieren sollte. Also da sind wir nur minimal da drunter quasi, wenn man das vergleicht. Also hier haben wir 159.968 als Base-Damage. Und bei, äh, Cross-7 haben wir 156.000, also nur quasi 3.000 da drunter. Das wirkt sich dann natürlich auch auf den maximalen Damage-Wert aus. Also da sind wir bei über 380.000 dann in dem Fall jetzt. Und der Additional Skill-Damage pro Level von 5.569 wurde erhöht auf 5.917. Und aber im Zuge dessen ist natürlich auch der Digisol-Verbrauch gestiegen von 5.975 auf 6.344. Und wir haben auch ein Rework bei ihm, was die Skills betrifft. Und zwar seine F2, Cross-Spawning-Rocker. Hat jetzt einen zusätzlichen Effekt dazu bekommen. Vorher hatte dieser Skill nämlich gar keinen Effekt. Und ja, dieser ist jetzt ein Burn-Over-Time-Effekt. Also ein Damage-Over-Time-Effekt. Wie das Ganze funktioniert, das kann ich aus dieser Übersetzung nicht herauslesen. Denn das kann auf zwei verschiedene Arten und Weisen interpretiert werden. Dann muss ich abwarten, bis man da weitere Informationen hat, wie das denn wirklich genau funktioniert. Weil in der Übersetzung steht hier nämlich, dass man, wenn dieser Effekt dann ausgelöst wird, anscheinend ist das ein garantierter Effekt, fügt man dem Gegner 5 Sekunden lang Feuerschaden zu, wenn man einen Skill benutzt. Das Ganze kann, wie gesagt, auf zwei verschiedene Arten und Weisen interpretiert werden. Denn einerseits, wenn dieser Effekt aktiviert wird, bekommt der Gegner einen Burn-Over-Time für 5 Sekunden, wenn man einen Skill verwendet. Also nachdem man die F2 verwendet hat. Was meiner Meinung nach nicht so... Beziehungsweise das wäre dann eigentlich ein permanenter Effekt. Fast schon, wenn man den aktiviert. Deswegen glaube ich nicht, dass der so funktioniert, sondern dass der Gegner einfach, wenn man die F2 verwendet, einen Burn-Over-Time, also einen Damage-Over-Time-Effekt für 5 Sekunden bekommt. Aber wie gesagt, so wie die Übersetzung hier ist, könnte das auch bedeuten, dass man, wenn man danach einen anderen Skill verwendet. Aber das macht in meinen Augen wenig Sinn. Wie das Ganze dann aussehen wird, ob dieser Effekt dann so gut ist oder nicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich da absolut noch gar nichts dazu gesehen habe. Und dementsprechend, aber falls dieser Effekt gut sein sollte, würde es sogar Sinn machen, dann vielleicht bei Cross-7 dann die F2 zu maxen. Weil ich habe das Ganze jetzt auch mal durchgerechnet, weil wenn man die F2 max bei Cross-7 nach diesem Rebalance würde man auf maximal 99.000 irgendwas beim Damage kommen. Wenn man ihn natürlich auch noch komplett perfekt geklont hat. Das heißt 99.000 Damage alle 13 Sekunden auf der F2 plus diesen Burn-Over-Time-Effekt. Könnte ganz gut sein. Müsste man halt mal testen. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob er Advanced Skill-Breaking jetzt auf allen drei Skills hat oder nicht. Weil vorher, vor diesem Rework, hatte er nur Advanced Skill-Breaking auf der F1 und auf der F2. Auf der F3 hatte er, nachdem ich das getestet habe, kein Advanced Skill-Breaking. Das heißt, den zu maxen hat eigentlich nur Sinn gemacht, wenn man den Burst-Damage mit dem wollte. Ansonsten wäre es natürlich sinnvoll, eigentlich die F2 zu maxen. Aber jetzt, nach diesem Rework, würde es wahrscheinlich erst recht Sinn machen, die F2 zu maxen, wenn man ihn als Main-Digimon verwenden möchte. Aber natürlich, Skill-Level 25 ist sehr teuer. Ja, aber das zu den Rebalances. Also die besten Rebalances in dem Fall haben Examon und Omegamon bekommen. Schaut Mon Cross 7 auch noch, wenn ich mir da Stat-Technisch noch ein bisschen mehr gewünscht hätte. Aber halt nur wegen seiner schlechten Attribut-Kombination. Ansonsten wären die eigentlich relativ solide. Und Susanne Mon Shin hat halt da den Kürzeren gezogen bei dieser ganzen Sache, was ich persönlich auch sehr, sehr schade finde. Aber gut, da kann man dann jetzt nicht machen. Nichts machen. Die Leute auf Kadimo, also was man auf der Homepage und so findet, sind nicht so zufrieden damit. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da irgendwann nochmal was machen werden. Aber Stand jetzt ist das jetzt erstmal das, was heute als Rebalance reingekommen ist. Und dann wurde das Tutorial geupdatet in Yokohama Village. Das heißt, wenn man sich einen neuen Charakter erstellt und dann in das Spiel rein startet, ist jetzt das ein Tutorial aktualisiert worden. Und zwar gibt es neue Item-Crafting-Quests bei den Tutorial-Quests. Und man kann sich jetzt, wenn man das Tutorial macht, ein Fünfer-Digimon aussuchen aus einem Pool von verschiedenen Digimon. Da drunter sind unter anderem Piomon, Goblimon, Tentomon habe ich gesehen. Dann, was war es da noch mit dabei? Die anderen entfallen mir gerade, aber es wurden auf jeden Fall, wie gesagt, da ein paar Fünfer-Digimon reingepackt. Und man bekommt auch direkt noch das Burst-Mode-Item mit dazu. Das heißt, wenn man diese Digimon dann hochlevelt, kann man dann auch direkt den Burst-Mode verwenden. Das heißt, die Leute, die darauf aus sind, jedes Mal dann ein Kunemon als, also dieses 3 von 5 Kunemon im Tutorial mitzunehmen, das wird jetzt, wie gesagt, nicht mehr stattfinden, sondern stattdessen beim Hedge-Tutorial hat man jetzt dann Fünfer-Digimon, die man bekommt mit Burst-Mode-Item dann auch noch direkt dazu. Das Ganze werde ich dann natürlich auch nochmal in der Video-Form dann zeigen, sobald das dann zu uns kommt, weil ich kein KDMO-Account habe. Deswegen kann ich das nicht in Video-Form von dort zeigen. Aber sobald das dann zu uns kommt, wird das dann auch als Video dann kommen. Und da wurden dann noch weitere Tooltip-Images hinzugefügt, was auch immer das bedeuten soll. Aber wie gesagt, da wurde Tutorial und Yokohama Village dann, wie gesagt, angepasst. Und ja, soviel auf jeden Fall zu den Updates, die heute reingekommen sind. Event Nummer 1 geht auf jeden Fall los mit I Hate Being Cold. Das Ganze ist ein zusammengehöriges EP-Event hier wieder mit den ganzen Events. Das heißt, da ist jetzt nichts großartig ausreißerisch mit dabei, also irgendwas mega großartig Besonderes, sondern da haben wir hauptsächlich EP-Event-Quests. Und ja, wie gesagt, fängt an mit I Hate Being Cold. Da haben wir dann den I Hate Being Cold, wer auch immer das ist, NPC im DATS-Center. Von diesem bekommt man dann eine Sub-Quest, It's Already Winter. Diese schließt man ab, indem man mit ihm nochmal redet. Und dann, wenn man diese abgeschlossen hat, bekommt man dann eine neue Daily-Quest, die man ab dann machen kann. Und zwar I Need a Warm Campfire. Das Ganze ist eine Daily-Quest, die wieder auf anderen Daily-Quests aufbaut. Das heißt, um diese Daily-Quests abzuschließen, muss man diese anderen beiden Daily-Quests von anderen NPCs annehmen und abschließen. Und zwar einmal Daily Getting Firewood und Daily Let's Light a Fire. Aus diesem bekommt man dann sogenanntes Roaring Bonfire und ein Pile of Firewood. Und diese sind benötigt, um diese Daily-Quests abzuschließen. Wenn man das Ganze dann zusammen hat und abgibt, bekommt man dann 15 EP-Items und ein sogenanntes Falling Leaf. Dazu gehöre ich dann Event Nummer 2, Let's Get Firewood heißt das Event. Da haben wir dann den NPC Firewood-Manager Matt im DATS-Center. Dort bekommen wir dann die Daily-Quest Finding Firewood. Also, wie gesagt, eine von denen, die man für diese andere Daily dann benötigt. Um diese Daily dann abzuschließen, muss man dann Woodmon und Cherrymon in Silver Lake besiegen, um 15 Firewood zusammen zu bekommen. Wenn man das Ganze dann hat und abgibt, dann beim Matt-NPC, dann bekommt man 15 EP. Und ein Firewood-Pile, was wie gesagt eine der Bedingungen ist, um die andere Daily hier dann abzuschließen. Und dazu gehöre ich dann auch noch Event Nummer 3, Let's Make a Bonfire. Da haben wir dann den NPC Shintai im DATS-Center. Und dort bekommen wir dann die Daily-Quest Let's Light a Fire. Wie gesagt, auch eine der hier benötigten Daily-Quests. Um diese dann abzuschließen, muss man dann nach Western Village gehen, zum NPC Roaring Meramon. Und nach Snowstorm Village, zum NPC Glacier Melting Meramon. Und anscheinend nur mit denen reden, um diese Quests abzuschließen. Also das ist eigentlich ziemlich easy dann. Einfach nur zu den beiden NPCs hingehen und ja, dann hat man das. Dann haben wir, wenn man das Ganze abschließt, einen Roaring Bonfire, was wir bekommen. Wie gesagt, eins der Items benötigt für die Daily-Quest. Und dann bekommt man noch 5 EPs, wenn man das Ganze abschließt. Und dann haben wir noch Event Nummer 4 mit dabei. Let's Get a Ball of Fur, heißt das. Da haben wir dann den NPC Need Warm Clothes im DATS-Center. Dort bekommen wir eine Daily-Quest I Need Mammons Hair. Also braucht man Mammot-Mons Haare. Dafür muss man dann nach Snowman Village gehen oder nach Lost Historic Site und 25 Mammot-Mon besiegen, um diese Quests abzuschließen. Und wenn man das Ganze dann erledigt hat, also das ist eigentlich ziemlich easy, bekommt man dann 25 EP. Und dann haben wir noch Event Nummer 5 mit dabei. Das dreht sich auch dann um einen Mammot-Mon. Da haben wir dann eine Daily-Quest Stop Mammot-Mon Who Has Become Violent. Von demselben NPC wie gerade eben. Und dann muss man dafür dann ein sogenanntes Violent Mammot-Mon in Frozen Ground besiegen. Also einen Raid-Boss, der dort spawnt. Und wie natürlich bei den ganzen letzten Events, ist dieser Raid-Boss so, dass er 24 Stunden lang spawnt. Also immer eigentlich. Und zwar immer 10 Minuten, nachdem er besiegt worden ist. Auf jedem Channel. Das heißt, das ist dann ziemlich easy auch dann zu erledigen. Und wenn man das Ganze dann mitgenommen hat und abschließt, bekommt man dann ein sogenanntes Warm Hot Pack und eine Random Buff Box in der Event-Variante. Und dann kommen wir auch zum EP Exchange Event. Da wurden einige, also was heißt einige, ein paar Änderungen auf jeden Fall gemacht. Und zwar wurde bei EP 1 nichts angepasst. Bei EP 2 sind jetzt Hedgebacker Level 5er drin für 120 EPs und 10 von diesen Falling Leaves. Dann Raremon Digi-Level 5 für 120 EPs und 10 von diesen Hot Packs. Option Chain Stones sind auch endlich wieder mit dabei. Danke dafür auf jeden Fall. Aber ja, 5 Option Chain Stones bekommt man dann für 60 EPs und 7 von diesen Falling Leaves. Also kann man sich auch leider aber nicht so häufig holen. Und Number Chain Stones, 5 ebenfalls für 60 EPs und dann 7 von diesen Hot Packs. Und dann kommen wir zu EP 3, wo normalerweise immer die Seals drin waren. Dieses Mal haben wir kein neues Event-Seal hier in diesem EP Event hier mit dabei. Dafür haben wir wie gesagt jetzt Option Chain Stones mit dabei, was meiner Meinung nach auch zur Abwechslung mal wieder eine schöne Sache ist. Aber ja, hier haben wir dann für 60 EPs bekommt man ein Reinforced Digi-Clone Cube plus 7 von diesen Falling Leaves Items. Und dann eine Mega Digi-Clone Cube kann man sich dann für 70 EPs und 7 von diesen Hot Packs dann craften. Und dann haben wir nur noch das Log Inside Event. Und da wurden für 30 Minuten jetzt dann die zwei Jump Booster dann reingepackt. Also die sind jetzt dann für 30 Minuten dann drin. Also 30 Minuten Log Inside bekommt man dann schon die Jump Booster. Die kamen ja früher erst immer später. Und für 3 Stunden bekommt man jetzt dann 3 Fruit of the Goddess, 2 Random Low Class Data Boxen und ein Random Hatch Backup Level 4 bis 5. Und Samstag und Sonntag für 4 Stunden bekommt man dann 3 Fruit of Yggdrasil. Sehr schön. Eine Random Mid-Class Data Box. Okay. Und dann ein Random Skill Digi Code. Also ein Random Skill Digi Code. Ist dann natürlich Zufall, welchen man dann rausbekommt, aber das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache und empfehle ich auf jeden Fall mitzunehmen. Und dann kommen wir noch zu einer auch sehr kontrovers diskutierten Sache und zwar Game Modification und Supplement Work. Denn hier sind jetzt ein paar der Sachen, also beziehungsweise wenn wir das mal durchgehen, die ganzen Write Modes vor allem und ein paar von anscheinend den Expression Items, also diesen Expression Node Items, die für Zusatzeffekte verwendet wurden für OX, Alpha Mono Rücken X und für Galatmon X sind jetzt aus dem Shop rausgenommen worden, werden also nicht mehr zum Verkauf angeboten, sondern sind jetzt in die Kolo Arena Belohnungen gewandert und zwar für Seasonal Rewards. Und auf Cardimo sieht das Ganze so aus, dass dort diese dann für 20 Seasonal Voucher jeweils dann verfügbar sind. Also man kann sich ab, wahrscheinlich dann kommt das dann zu uns nächste Woche, ab dann nicht mehr die Write Modes Items für die X-Digimon kaufen, die nicht mehr im Spiel mit dabei sind, also für zum Beispiel Examon X, Lilithmon X, Barbarmon X, Alphos Vedramon X zum Beispiel. Also für alle die, die rausgenommen wurden und den Write Modes besessen haben, diese sind dann nicht mehr häufig erwerbbar, sondern nur noch dann für Seasonal Voucher. 20 Seasonal Voucher finde ich schon echt viel, muss ich sagen. Und ja, also die Leute auf Cardimo sind da überhaupt nicht glücklich darüber, vor allem auch deswegen, weil das Ganze unangekündigt kam. Also ohne irgendwelche Notizankündigungen oder sowas wurden diese heute einfach dann rausgenommen und sind nicht mehr im Shop drin, sondern einfach nur noch für Seasonal Voucher. Bin ich persönlich kein großer Fan von vor allem, weil das wie gesagt unangekündigt kam. Gut, wir sind dadurch jetzt vorgewandt, also wenn irgendjemand noch für irgendeinen X-Digimon, was man schon hat, von denen die rausgenommen wurden, in Write Mode benötigt, sollte man dementsprechend vor nächster Woche dann sich das holen, weil das ansonsten nämlich nicht mehr durch, also ohne Seasonal Voucher dann eben möglich ist. Boah. Na gut, das auf jeden Fall jetzt zu diesem neuen Update Event, was heute reingekommen ist. Das Event selber ist natürlich, ja, ist halt wieder ein EP Event only und ich freue mich aber, dass die Option Chainstones wieder dabei sind und ja, ein bisschen schade, dass keine Seals dabei sind, aber gut, ist jetzt auch mal wieder schön zur Abwechslung, dass man auch wieder andere Sachen hat, auf die man hier dann gehen kann. Und ja, restliche Event ist halt wieder typisches EP Event. Das mit dem neuen Tutorial, ja, ist eine ganz schöne Änderung für, dass da neue Spieler da ein bisschen Besseres noch geboten bekommen, aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die ein bisschen mehr auch wieder in Richtung Content für Veteranen, also für Endgame-Content gehen würden. Und ja, das Rebalance, da hatten sich viele ultra drauf gefreut. Examon und Omegamon haben definitiv ein wunderschönes Rebalance hier bekommen. Schaut man, Cross 7 muss sich auf jeden Fall noch zeigen lassen, wie gut dieses Rebalance dann jetzt in dem Fall ist. Also das F2-Rework gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Muss ich natürlich aber noch beweisen, wie gut das Ganze dann ist, vor allem auch mit diesem Burn-Over-Time-Effekt, wie das Ganze dann funktioniert und wie gut das Ganze dann ist. Aber ja, Susanne und Monschin wurde hier definitiv ja, übergangen. Kann man das fast schon nennen, weil nur HP-Wert und Digisol-Wertanpassung hätte man noch ein bisschen mehr machen können, meiner Meinung nach, aber immerhin wurde da was gemacht. Also ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denn davon haltet. Also ich finde, da hätte man bei beiden noch mehr machen können. Aber mal gucken, mal gucken, wie sich das Ganze dann auswirken wird. Schreibt mir das, wie gesagt, in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao. ciao. Ben alt